Ich bin Mara Lorbeer, bin 15 Jahre alt und habe vor kurzem erfahren, dass ich die Welt retten soll. Finde sie! Meine Frau, finde sie! Leider bin ich im Weltretten so talentiert wie ein Pinguin im Beachvolleyball. Bis vor kurzem dachte ich noch, mein größtes Problem wäre meine Mutter. Süß! Nassi, Nassi! Womit kann ich dir denn helfen? Ich will Loki seine Frau zurückbringen, damit er sich nicht losreißt und die Welt nicht untergeht. Da! Ich habe das nicht aus dem Fernsehen. Ich brauche auf jeden Fall Unterstützung, und zwar die beste, die ich kriegen kann. Aber, 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 aber... Herr Professor, Sie klingen wie ein Mofa. Du findest dieses Unterwäschemodel jetzt nicht wirklich sexy? So was sieht man doch inzwischen in jeder zweiten Werbung. Herrgott, sieht ja gerade sein Hemd aus. Alles, was kannst du sein, kannst du schaffen, ganz klein. Wir sollten jetzt wirklich gehen. Jetzt schon? Bing, vierter Stock, Knieterhalde. Mara und der Feuerbringer erlebe das größte Fantasy-Abenteuer des Jahres. Ab 2. April, nur im Kino. Wo bist du auch sehr gut, wie viele Leute, ob's mein Schseshenspiel? Nein, aber dear Darkれるimal. Dann Helster ist das Lilo. Bes Hepat Nowadays.